Was heißt es denn, gesund zu leben? In der Natur zu sein, die eigenen Grenzen entdecken. Wir suchen die Kraft der Berge und die Ruhe des Wassers. Wir sind alle auf einer Reise, erkunden die Welt und entdecken neue Wege. Machen eine Pause, um runterzufahren. Schauen nach innen und hinterfragen. Wir verbringen Zeit mit unseren Liebsten. Finden Momente, um zu genießen. Gönnen uns eine Rast, um Kraft zu tanken. Und holen Inspiration im Hier und Jetzt. Was heißt es denn, gesund zu leben? 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 Was heißt es denn, gesund zu leben?